Wir sind Spieler und wir spielen Spiele. Was? Nein! Du! Alleine? Ja, wir haben vorhin schon gestreamt. Wer den Stream verpasst hat, kann natürlich hier auf dem Twitch-Channel vorbeischauen. Alles klar. Ha! 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 Stream jetzt Rocket League! Wir sehen halt ein bisschen aus wie Moderatoren, ich weiß. Ja, sie geht zu der linken Ecke, da vorne. Da vorne! Da vorne sehen sie! Und gebannt. It's too late, apologize. Ich möchte noch gerne den Stream-Chat nicht in dir haben, sondern... In mir! Hier wäre halt mega geil so. Hier, hier so. Da. Da ist der Chat. Ey! Da! Da ist der Chat, genau hier. Ungefähr. Da! Ist richtig. Ich habe sie eingeladen. Achso. So, sind sie bereit zu spielen? Okay, ich muss hier mal den Kick gönnen. Wer ist Taron2? Ist bei dir ein Taron2 in der Gruppe? Ja. WTF? Geteilter Bildschirm. Ich bin drin. Ich bin drin. Taron2 ist aber am Anfang. Ich hatte hier die Musik ausgeschaltet. Moment, ich schalte die wieder an, damit wir auch ein bisschen Musik haben. Ich kann keinen Spieler rauskicken. Warum nicht? Wer ist denn hier drin? Taron2. Es ist Taron2. Weil du den Controller angemacht hast. Den anderen. Bitte? Weil der Controller. Den hast du vorhin angemacht. Achso. Ja, okay. Dann warte. Dann lief ich nochmal kurz. Wenn das geht. Muss unten rechts. Äh, links. Links. Und... Spiel verlassen! Mann, du bist so ein Wurstkind. Das kann nicht wahr sein. Es hat aber funktioniert. Du bist aber dumm. Da steht nicht umsonst unten links da. Die Gruppe. Ich bin draußen. Ist perfekt. Ja, du kannst doch da bleiben, man. Niemand will dich. Oh, ja. Drück auf Start. Hier haben wir... Ich bin draußen. Alter, der Greenskin funktioniert halt richtig gut. Außer auf deiner Seite. Ich weiß warum. Das sind, äh, paranormale Aktivitäten. Hm. Joinst du mir jetzt endlich? Kleine Wurst. Kind. Ja, fuck. Ich darf nicht. Ist doch egal. Ich weiß, ich komme bei dir ein bisschen. Dir ist ja perfekt. Irgendwie. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber naja. Ja, woran liegt das wohl? Ich weiß echt nicht. An der Wand? Hätten wir ein zweites Licht, wäre das Stream halt perfekt. Also der Greenscreen. Aber, naja. Ich hab dich eingeladen. Ja, ich hab's. Ich hab's gesehen. Jetzt nicht lieven. Ja, gut. So. Äh. Ähm. Wir werden jetzt, äh, professionell spielen. Ich? Ja. Du, nein. Ich glaube, ich schreibe mich einfach mal so hin. Was ist da? Ist das der Sand? Ja, das ist der Sand. Sorry. Nein, da ist der Sand. Guck mal, ein schönes Auto. Das ist meins. 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 Wollen wir mal in Greenscreen? Warum? Es wird noch richtig lustig. Bin ich, muss ich starten? Ja. Warum lagts? Ich muss gleich schon mal gucken, warum es laggt. Ah, jetzt lagts nicht mehr. Mach mal ein bisschen lauter. Ich hör nichts. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Moment, Moment. Oh, was? Der hätte noch fast selber reingehauen. Ach, kacke. Hast du den? Nee. Äh, 2. Neh mal lauter. Red Boost. Oh, scheiße. Erste 4 Ledge. Ah, fuck it. Aber er hat selber gefehlt. Oh, lol. Clutch, du. Wir haben einen Torhüter. Wie scheiße ist das denn? Kommt in die Mitte. Kommt mega gut in die Mitte. Ist zu hoch gewesen. Äh, zu hoch gewesen. Die haben beide gefehlt. Boah, ich muss gleich echt gucken, warum der Stream laggt. Ach, komm schon. Oh, lol. Geht er rein? Nein. Never. Ich hab ihn mal nach vorne geschossen. Nein, nein. Ja, nice. Er hat gefehlt. Er kommt in die Mitte. Er kommt in die Mitte. Ich bin tot. Shit, ich hab gefehlt. Es leckt halt nur manchmal, ne? Oh, shit. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, fuck it. Ah! Komm schon. Nein! Hacke. Ich glaub, der geht rein. Lol. Der hat epic safe. Scheiße, der ist nochmal rangekommen. Hm, ich bin so scheiße. Ach, nee. Was? Du? Alleine? Was? Du? Alleine? Ich? Nein. Du? Du? Was? Du? Oh, danke. Lol. Waren die das? Ja. Lol. Ich wollte dir ja gerade danken, aber sowieso du nicht warst. Yes! Komm in die Mitte. Komm in die Mitte. Da. Ist ja geil sogar. Danke. Nein! Vielen Dank. Was? Wie ein Scheiß. Vielen Dank. Das war ja noch nicht mal's. Der wär doch drin gewesen, ne? Ich war voll drin. Und du? Nein, den nehm ich jetzt. Du sagst doch, komm in die Mitte. Ja, ich weiß schon. Das stimmt. Aber... Ach, dann mach doch nix sowas. Ich muss ja noch irgendwie so eine Schmerztablette holen. Ich... Zahnschmerz, richtig. Lol. Ja, der spielt so wie ich normalerweise. Der kommt gut. Für ihn. Ähm... Alter. Lol. Oh, fuck it. Warum fährst du rückwärts? Das muss ich mir einkucken. Weil ich's kann. Ich werde eigentlich einfach so... Nalala, ich fahr rückwärts. Mir scheiß egal. Willst du ihn blocken können? Nein, ich fahr rückwärts. Hm? Ich bin doch so gut im rückwärts fahren. Du musst fahren. Du musst fahren. Gut überlegt. Ektis? Nein. Lass mich jetzt. Ja, mach du. Okay, die sind wieder da. Da. Wow. Er kommt, er kommt, er kommt! Hey! Hey, was machen die eigentlich? Die kann man so viel Pech haben, ne? Ich will den Block, weil er aufs Tor geschossen hätte und dann geht er genau so ins Tor. Boah, willst du mich verarschen? Nein! Es war nicht meine Schuld! Ah ne, du bist ja da vorne. Loah, der klingt halt echt gut. Mach keinen Scheiß! Und der macht Scheiße. Und dann repariere ich alles. Ja klar! Als ob die den noch gerettet hätten. Ich hab doch noch extra gesagt, mach keinen Scheiß! Und der macht ihn! Komm jetzt! Mach keinen Scheiß! Gut, dass ich da bin. Ich wollte dir ne Vorlage machen. Ja, alles klar! Ja, klar! Ja, ja. Leute! Schreib dir den Scheiß! Ob's ne Vorlage wurde oder nicht. 50.000 Zuschauer, ich weiß. Du brauchst nicht gucken. Ich kann aber nicht verstehen, warum man so nen Stream nicht schauen sollte, ja? Weil der einfach Scheiß ist. Du hast keine Titten. Das stimmt auch wieder. Das ist wirklich so. Wenn du jetzt nackt wärst und Titten zeigen würdest... Ne, insgesamt. Weibliche YouTuberinnen, die spielen, werden halt zu 100% entweder mehr... Es hat halt immer, weil sehr viele sagen wahrscheinlich, es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Es hat aber sehr viel mit dem Geschlecht zu tun. Ob man jetzt weiblich ist und streamt oder ob man männlich ist und streamt. Da kommt natürlich immer drauf an, was du streamst. Wenn du trotzdem aber Games streamst, weil es gibt ja auch was anderes als nur Spiele. Toll, toll. Super Schuss. Auf zu reden, Mann. Ne, ne, ne. Ich hab nämlich noch letztens so ne YouTuberin gesehen, die war halt, ähm, so 10.000 Views. Aber halt hat trotzdem weniger gemacht als Leute wie du und ich. Weißt du? Ja, ist klar. Und die Qualität ist halt auch noch immer genauso behindert. Und Mikrofonqualität auch. Und trotzdem hat's halt mehr Klicks durch das weibliche Geschlecht. Durch das, äh, durch das Aussehen hat man sehr viel... Oh nice, lol. Den hast du. Wie er den noch gekriegt hat, willst du mich verkackern. Oho, der war nice. Was für ein scheiß Glück, dieser Fortkind hat. Kommt mit dir? Kommt mit dich? Ne, doch. Sehr mit dich. Hast du den? Wie knapp der war. Wie knapp der war. Den hätten die niemals retten können. Ich schon, aber die nie. Hm. Mach was. Ich seh dich. Ich seh dich. Ja. Pfff. Das kann jetzt sein. Sehr schön. Und voll in seine Fresse, muss ich sagen. Aber trotzdem verlieren sie. Das wird wieder ein Tor. Was für ein Glück die haben. Wie kann man so viel Glück haben? Oder Pesch wie wir. Was ist gerade kacken oder so? Oh, ich hätte ja noch einen gemacht. Wie kann man so viel Glück haben? Kann man so viel Glück haben? Kann man so viel Glück haben? Ich habe eine Idee. Moment. Mhm. Ich wollte gerade noch kurz was machen. Egal. Die Runde hat angefangen. Ich bin der, der nach vorne muss. Easy. Not even close Wenn er reingegangen wäre, ne Ich hätte mich geschrott gelacht Muss ich sagen Geschrott gelacht Sehr schön, sehr schön Ja, ja, der ist gut Danke Danke Danke, danke, danke Ich konnte den nicht mehr Rein lenken Boah, mit der Arschbacke, man Bester Not even close Wenn der reingeht, fress ich Schuhe Gut Ich hätte den gerettet Hat mein Schuh noch Glück gehabt Warum hat der Schuhe noch Glück gehabt Er geht Was machst du? Was hast du gemacht? Fährt einfach weg Warum? Ich muss fahren Das ist so witzig Irgendwann Bei so einem Ding Zieh ich mich ganz grün an Und wir verlieren den Ball Danke Ich hasse dich Ich zieh mich irgendwann ganz grün an Und sitz halt dann nur mit dem Kopf da Das wäre mega lustig Nein Doch klar Die Tryharden halt wieder Guck dir das an Wie der fliegt Der Ball Oh Easy Guck dir Guck dir meinen Jubel an Ich fahr so und dann noch ein Salto Uuuui Ich kann der Hearthstone auch so sehr lustig vorstellen Weil dann würde ich halt nur Ich würde halt eiskalt mich so reinklatschen Und mich nicht Doch 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 So Mich Also wenn wir ein Duell machen würden Mich Halt da zu meinem Champion Und dann würde ich die zweite Webcam haben Wir haben nämlich die zweite Webcam Und dann würde ich die Ist not even close Und dann würde ich die Würde ich halt dich Zu deinen hinsetzen So Und dann würde ich halt echt mega lustig aussehen Na ficken Komm schon Wie kann man so viel Glück haben Haben Ich kriege wieder Ohrenschmerzen Ich weiß nicht warum Ich kriege Cockschmerzen man Ne Augenschmerzen Äh Ohrenschmerzen Sorry Er versucht ihm voll die Vorlage zu machen Ey das sind hundertprozentig Primates Den hast du oder Jetzt spring Leul War halt mega knapp grad Das war halt Und dann falle ich so behindert War halt mega close Guck dir das an Wie closed das war Naja Das war echt So wie bin ich da hinfalle Ich bin nicht aufgekommen Hätt ich ihn gerettet Aber nein 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 Gravitizid Macht mich wieder Nicht schlecht Gravitizid Gravitizid Du packst deine Sachen nun geh Oder du packst deine Sachen nun fährst Oh fuck Alles seine Alles seine Frage der Beleuchtung Nein Nein Okay der geht nicht Nice Der geht Easy Guck guck Ich den gelupft habe Schaut Bang 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 Schaut bei uns vorbei auf dem YouTube Candle 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 internet Das war halt nicht meine Schuld Das war auch nicht meine Schuld Er hat einfach übelst scheißglück in der fucking Hose Das ist ja noch zweimal Während dem runterfallen Kommt nochmal dran Willst du mich verarschen Scheiß Forker man Ja man kann Die haben nicht mal verstanden Und dann bekommen sie solche Bälle hin Was machst du schon wieder Hä warum schießen die sich selbst eigentlich ein Tor Wenn du den jetzt haben würdest Kommt nicht gegen mich an ihr Fotzen Alles seine Frage der Beleuchtung Oh shit Lass Das war knapp Dass ich da noch dran gekommen bin Warum behinderst du den da? Ich hätte ihn voll bekommen Hoch hier die Luft Hör Loll Ach komm diese Fotze Was? Ich hätte never gedacht Dass der in den reinkriegt Guck dir das an Guck dir das an Und ich war nicht schnell genug Komm schon Erzähl das doch deinem Furzkind Ich erzähl das eher Peter Peter mit der Sonnenblume Aber Ja Dann berühre ich den so scheiße Dann nochmal scheiße Boah mega hoch Hast du den? Ich hab ihn Das ist zu weit Nicht Ne komm ich verpiss mich Boah der ist halt gut gewesen Der kommt mitte Oder auch nicht Ja Oh Und wieder so ein Pussy Danke Lol ich hab ihn ausgetrickst Ich auch Da kommt er nicht ran Ich wollte ihn abblocken Ich ich Oh er voll Voll in der Luft Geht zu hoch Schade Ob ich mach noch ein Tor Oder auch nicht Mann wie können diese Cockblocker So viel Glück haben Ich hab ihn mit ihm Ich hab ihn mit ihm Was? Du musst fahren! Ich weiss das Wow Was? Mach ihn, du bist alleine vorne Der geht Wie viel Pash haben wir gerade? Keine Ahnung Ich weiss es halt echt Oder wie viel Glück hat der? So viele Tore hat es gerade geblockt Oh ich hab ihn weggeblockt Go 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 Nein ich krieg den nicht Schade Ich war zu schnell Mein Handy spinnt gerade Hat er voll was mit dem Handy zu tun Warum steht dein Handy denn? Keine Ahnung Geh nicht mehr an Ich warte mal ab Das wird schon wieder Ach kacke Ich glaub der ist zu hoch Ja Schaut ihr das an Schaut euch das an Komm was für Glück Wie ist der denn bitte geflogen? Die sind immer am falschen Ort Der kommt mega in Mitte Nee Nicht Der zu hoch Ja klar Ich krieg Aids, Krebs und Ebola Gleichzeitig Ein Handy ist K.O. Ja? Ja Es geht nicht mehr an Und ich weiss den Pin nicht Gleich Batterie leer Nee nee Meinst du? Ja Was dann? Ich weiss den Pin nicht Wow Die haben wir schreck geblockt Ja bleib stehen einfach Jetzt machen die noch ein Tor Ich bin da Sehr schön, sehr schön Von mir Dieser Smash ist halt echt ein Gott Der war halt mega gut von mir Aber leider Sehr schön, sehr schön Sehr schön Von mir Sehr schön Ah Fuck it Nein! Komm gib auf Hab keinen Bock Hä? Ein anderes Match Was? Das können wir nicht mehr gewinnen Das können wir nicht mehr gewinnen Ich weiss den Pin nicht Was läuft Ich weiss den Pin nicht Ohhhh Ohhhh Breakfast So Handy geht wieder Ja Der kommt mit Der kommt schon weg Danke 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 Und wieder ein Tor Wo bist du? Wo bist du? Ich war vorne und hatte keinen Boost Ich war vorne und hatte keinen Boost Ich war vorne und hatte keinen Boost Ich bin immer weiter Rocket Lead Ja Ich hab keinen Bock auf was anderes Ne CSGO Hearthstone Irgendwas Ne Du weiss wir wollen morgen früh aufstehen Hm Das geht nicht wenn wir die ganze Nacht durch machen Machen wir nicht Flur ist es Äh Ich sehs grad nicht Ich komm mal nicht an mein Handy Äh Gleich Zwölf Du musst fahren Ich hab schon geguckt Ja und wieviel Uhr willst du denn aufstehen? Du musst fahren Ich bin ja da Aber wir müssen doch nicht früh aufstehen Unbedingt Also ich will nicht wieder bis Mittag pennen So wie es jedes Mal ist Wir machen weg Also du pennst bis Mittag Ich bin schon früher wach Aber ich kann dich ja nicht wecken Geschäfte Nö Biss du auch Hhhhhhhhhh Ich bin schon ein bisschen aufstehen Wie viel Uhr möchtest du denn aufstehen um 10 Ist 10 eine gute Zahl? Um 10 Ist 10 ein guter Zahl? Mh? Möchtest du früher aufstehen als 10? Nee, 10 ist gut. Wann stehst du normalerweise auch? Nein. Dann stehen wir im Garten. Wir brauchen sowieso nicht den ganzen Tag, würde ich sagen. Dann können wir ja locker noch bis 1 Uhr wach bleiben. Dann haben wir 8 Stunden Schlaf, reicht doch vollkommen. Ich habe eine Woche 6 Stunden Schlaf, normalerweise. Ja, weil du dumm bist. Nein, weil ich das aushalte. Mh? 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 Der geht. Ja? Klar, Mann. Wenn ich sage, der geht, dann geht der. Nicht sogar klar. Hast du den? Läuft. Er ist hoch. Mach! Ja, gut probiert. Der war da. Was? Ich krieg das halt nicht hin. Mhm. Oh oh. Ja, ja, ok. Ja, toll. Lol, er hat gefehlt. What the fuck, warum? Keine Ahnung. Du bist alleine. Autsch. Wie habe ich den gerettet? Guck mal, ich bin voll dagegen gefahren. Ich muss mal wieder den Sarata-Moment auspacken. Was? Ja. Ja, ja. Das war schon witzig. Was? Ich sag dix. Jey. Jey. Hehehe. Du bist wie ein Mädchen dagegen gefahren. Und schon wieder wie ein Mädchen. Du bist ein Mädchen. Nein. Doch. Mein Penis beweist das. Was für ein Penis? Hehehe. Ja. Son, richtig fett. Frag deine Mutter. Hehehe. 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 Das stimmt. Gut gemacht, Taro. Ach nee, komm nicht. Wieder damit anfangen. Slash gemacht, Taro. Nein, den hab ich gut geblockt. Steam, du Nervs. Autsch. Hehehe. Oh Mann. Der eine macht nur Tore, der andere steht wie ein Stück Scheiße im Tor. Wie ein Stück Scheiße im Tor. Nein. Das ist nicht mal ausgeglich, nur einer von denen ist gut. Oh. Ja, so wie hier ne. Nur einer von uns ist gut. Ja. Ich. Auf den, den ich gerade gezeigt hab. Hehehe. Auf mich. Was mich heil. Mich. Ah, was. Nein, 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 nein. Ich krieg Ohrenschmerzen. Aber zumindest. Kein Bock mehr. Beenden wir das Film? Noch eine. Komm. Okay, wir machen noch eine Runde Leute und dann war's das für heute. Morgen abends streamen wir vielleicht wieder ein Horror Game. Vielleicht. Äh, vielleicht entweder Daylight oder Leia Sophia. Zusammen. Ähm. Ja. Hm. Ich möchte unbedingt nochmal meinen Follows Sound hören. Ist halt mega lustig. Breakfast. Ich glaub das wird nix wenn wir abends Rocket League spielen. Ich bin auf die Idee. Geben nur scheiß Gegner ne. Da kommen die Profis raus. Abends ist Profi-Time. Warte, mein Spiel zu bist du. Ich spiel gut. Ich hab schon echt gute Plays rausgehauen heute. Nicht zu selbstkritisch sein, ja? Wie ich hinten einfach warte so. Jetzt machen die ein Tor. Machen sie nicht. Schade. Oh. Der kommt richtig gut. Für mich aber. Für dich nicht. Doch, doch. Der war für mich auch gut. Hab ich immer nicht so gut gekriegt. Nicht so gut, dass ihm... Dein Arsch packt. Ich hab die Wacke getroffen. Oh. Nee. Der steht halt da wieder zum Blocken, aber ich hab nen Torschuss bekommen. Ich bin da, ich bin da. Oh. Das war nicht so toll. Das war nicht so toll. Oh. Oh. Ich hätt den klauen können, aber ne. Hättest du, aber du warst dumm dafür. Wie? Drei Meter daneben bist du gesprungen. Dass mich erwischt. Ich bin kein Ball. Oh, das schöne Auto hier. Das wird ein Tor. Nee. Doch. Immer immer. Was du laberst. Warum bist du nicht mitgefahren? Warum? Ich bin mitgefahren. Ja. Ich. Ich hab den... Könntest du denn wieder ein Kabel sehen? Mord er wach kurz. Warte kurz. Warte kurz. Ähm, wieso hast du denn erschrocken? Weil denn so ist am Gült. Guck. Mom. Bist du. Warte kurz. Oh Mann. Wir sind sicher. Wir sind sicher in 10 Minuten. Ich vergesse es nicht. Versprochen. Ja! Weil es ist für Thilo Disconnect. Guck nicht so. Wir spielen LKB. Mal verlust es doch. Entschuldigung. Nee. Stimmt gar nicht. Die ist voll am Lügen hinten. Mh. Ah. Oh Mann. Pfff. Oh Leute. Entschuldigung. Oh Mann. Bist. Ja Mann. Ich finde das halt echt witzig. So ein Greenscreen. Wer nicht. Das lade ich hoch. Lachende Mutter mit einem Greenscreen. Ja. Mutter entdeckt Greenscreen. Ja. Das wäre halt mega lustig. Echt mal. Lade das hoch. 50.000 Klicks. Mh. Mutter entdeckt Greenscreen. Lol. Der ist gut. Aber nicht gut genug. Waaah. Ich hab ihn gefailt. Nein. Aua. Machst du den? Klar mach ich den. Ich stell dir vor. Der wäre reingegangen. Komm schon noch ein Tor. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Oh. Wie der hinten halt die ganze Zeit im Tor hockt. Nix da. Yes. Guck. Das ist. Das ist ne Uhrenzone. Ups. Falsches. Bleib hinten. Wow. Excellent. Egal ich hab mal abgeblockt. Ich hab mal abgeblockt. Siehste? Gut gemacht. Okay das wird jetzt ein Nachspiel. Wenn wir das gewinnen bin ich zufrieden. Komm schon du musst. Morgens stream ja? Danke. Gott wollte es so dass der nicht trifft. Gott gibt es so. Also äh ich wollte es so. Wie knapp. Oh. Ich hab ihn wieder abgeblockt lol. Sehr schön. Ich weiß das. Bleib du bisschen defensiv oder umgekehrt einem. Easy. Zack, sag du dir nothin da. Ja. 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 Wenn euch das Stream gefallen hat, könnt ihr uns ja followen und dann seht ihr uns morgen wieder beim täglichen Streaming, ja. Und ja, dann hoffe ich noch, dass ihr einen wunderschönen Abend habt, was ihr noch so... Was ihr noch so erleben werdet und ja, dann sehen wir uns... Da gibt es ja noch so einen Strich wieder. Ja, und dann sehen wir uns, ja. Morgen. Ciao. 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 Ciao.